Hallo und was geht ab, meine Freunde? Heute eine neue Runde Roblox. Und zwar nicht einfach irgendeine. Wir spielen heute eine Obby mit Konfupanda. Schreibt es gleich mal unten in die Kommentare. Wer kennt Konfupanda? Und ich liebe ihn einfach. Ich liebe ihn. Also seid gespannt. Schaut bis zum Schluss und dann würde ich sagen, let's go. Oh, okay. Bambusstäbe. Alles klar. Oh, schon hoch. Okay. So, jetzt. Oh mein Gott. Das sieht irgendwie so wie radioaktiv aus, ey. Okay, zack. Einmal hier rüber. Wo muss ich hin? Ach, da drüben. Okay. Okay. Gut, hier über diese Lüftungsrohre. Oder ist das ein Schacht? Ich weiß nicht. Oh, ein kleiner Konfupanda. Okay, jetzt. So, dann gehen wir jetzt hier runter. Konfupanda als Koch. Ja, nice. Oh, da ist er schon. Mit seinem Marshmallow. Ja, Leute. Wie nice ist denn bitte schön hier die Map? Habt ihr das gerade gehört? Okay, das hat er sich wahrscheinlich echt von Barry abgeguckt. Ja, und die Stimme auch. Wie nice ist bitte schön die Map? Richtig asiatisch gemacht. Okay, hier ist die ganze Konfupanda-Familie. Na, da regt er sich schon wieder auf. Ja, es tut mir leid. Aber ich bin halt ein bisschen schneller als du. Leute, schreibt es mal unten in die Kommentare. Wisst ihr, wie Konfupanda wirklich heißt? Also, ich weiß es natürlich. Aber ich will ja sehen, ob ihr es auch wisst. Okay. Sage mal. Der macht Geräusche ohne Ende hier. Okay, dann. Was müssen wir jetzt machen? Ah ja, hier. Oh je. Also wirklich. Po, da musst du ein bisschen sauber machen. Oh, die Laserstrahlen. Von wo kommen die denn jetzt her? Okay, hier sind wir jetzt in der Toilette. Grün. Pink. Aha, da geht es runter. Lila. Da hinten. Ah, ein Computer mit einem Panda. Aha, Po. Was hast denn du dir da angeguckt? So. Okay. Oh. Eine Pandamütze. Wie süß. Okay, hier über die Schatztruhen. Okay, was liegt da? Oh, jetzt haben wir die Pandamütze. Ja, wie toll ist das denn? Ach, wie süß. Okay, da. Ja, wurdest du irgendwie rausgeschickt oder so? Musst du in die stille Ecke? Oder versuchst du irgendwie verstecken zu spielen? Okay, hier wieder mit der Kugel. Leute, ob es hier den Geheimgang auch wieder gibt? Lass es doch uns einfach herausfinden. Schauen wir doch mal. Okay. Und einmal hier rüber. Jetzt müssen wir auf die Kugel warten. Okay, jetzt aber. Schnell, 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 schnell. Und zack, hier rüber. Und da ist schon wieder die nächste Kugel. So, dann, wie schaut's hier aus? Okay, das hat sich hier nicht wirklich viel verändert. Außer die Wasserfarbe. Und jetzt. Jo, genau, geschafft. Oh, Gott sei Dank. Und zack. Leute, schreibt's mal in die Kommentare. Wer ist diesen Geheimgang auch schon mal gegangen? Und da haben wir einfach den Diamanten. Einfach den Diamanten bekommen. Oh, da ist schon wieder die Kugel. Okay. So, was ist hier? Oh, da ist der Poe. Ja. Sorry, ich wollte dich nicht stören. Mach das. Oh, da ist er hängen geblieben. Mach einfach das weiter, was du machen wolltest. Oh, nein. Da kommt eine Kugel, Leute. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Nein. Lass mich in Ruhe und ich lasse dich in Ruhe. So können wir es doch einfach machen. Okay, und jetzt müssen wir hier ausweichen. Genau. Und zack, rüber und schnell hoch. Und nochmal ausweichen. Und, ja, wo kommt sie denn? Da kommt sie. Okay, alles klar. So, jetzt mal schauen, ob wir das schaffen bis oben. Und, oh, Leute. Wir haben es geschafft. Okay. Jetzt einmal zack, hier hochfahren. Juhu, das sind wir schon. Und jetzt erst mal den Energy Boost. Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt geht es ganz schnell. Wow. Ich habe einfach eins übersprungen, Leute. Habt ihr das gesehen? Wie weit kann ich denn springen, bitteschön? Okay, und hier einmal. Und, ja. Okay, und. Oh, geschafft. Okay. Junge, Junge, Junge. Das geht immer so schnell. Jo, jetzt müssen wir hier in den Lagerraum rein. Wo ist die Leiter? Da ist er. Okay. Bei Barry sind ja hier immer die, äh, Telefone, ne? Das gibt es jetzt hier bei Konfu Panda nicht. Aber, eigentlich, mir gefällt die ganze App viel besser, wie jetzt, äh, bei Barry, ne? Also, gut, klar, es sind viele, Sachen ähnlich, so wie das jetzt hier. Aber es ist halt Konfu Panda. Oh. Okay, das ist auch neu. Hier kommen irgendwelche Metallbälle runter. Ähm, hallo? Alles klar. Nein. Okay. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich sag's dir. Und. Jo. Genau. Und zack. Leute, jetzt zeige ich euch mal mein Special. Nein. Habt ihr gesehen? Viele haben bestimmt gedacht, ich gehe jetzt zu den ersten. Aber ich bin runter. Hab das jetzt erstmal zugemacht. Und jetzt werde ich das zumachen. Und zum Schluss gehe ich hoch. Leute, schreibt's mal in die Kommentare. Wer geht gleich nach rechts und macht gleich das Ventil oben zu? Ich wette mit euch bestimmt so viele. Aber man kann da auch einfach runterspringen und dann hat man gleich die ersten beiden schon fertig. So. Und jetzt. Und jetzt. Oh, nein. Oh, nein. Lass mich rein. Lass mich rein. Und jetzt. Okay. Oh, jetzt kommt die kalte Luft wieder. Und einmal hier rüber. Und dann um die Ecke. Und let's go. Oh. Echt jetzt? Okay. Nochmal. Aber jetzt. Leute. Lasst mal ein fettes Like da. Vielleicht schaffe ich's dann jetzt auch. Okay. Und. Ja. Ich glaube, um eine Ecke müssen wir noch, oder? Nee, wir haben's geschafft. Leute. Dankeschön. Dank euren Likes. Ich sag's immer wieder. Sonst würde ich so oft wahrscheinlich das nicht schaffen. Okay. Oh. Alles in pink. Alles klar. Jo. Po, der Chefkoch. Oh Gott. Der sieht so süß aus, Leute. Wer findet es auch, dass der so süß ausschaut? Das tut mir richtig leid, den jetzt abzuschießen. Oh Mann, hey. Nee, aber bevor der mit seinen Konfu-Specialtricks hier irgendwie mich kaputt macht. Nee. Oh Gott, wie er geschrien hat, Leute. Oh Mann. Das tut mir so leid. Aber so geht nun mal das Spiel. Und zack, einmal hier runter. Jo. Wie rutsche ich denn da runter auf dem Kopf, oder was? Okay. Da bin ich. Und dann gehen wir einmal zack hier hoch. Zum Ausgang. Jo, da wollen wir hin. Jetzt kommen die... Jo, die Laser. Ah, die sind diesmal weiß anstatt rot. Okay. Jo, jetzt nur noch die zwei. Und... Wow, das war knapp, Leute. Habt ihr das gesehen? Und jo, genau. Geschafft. Ja. So, wo kommen wir jetzt hin? Ah, ja. Genau. Da müssen wir jetzt die Bretter nehmen. So. Zack, komm. Und einmal hier hin. Echt? Echt? Jetzt, warum bist du runtergefallen? Was soll das denn? Ich wollte dich da einfach hinlegen. Du musst schon liegen bleiben. Okay. Gut. Dann einmal hier. Jo. Weil in diese Stacheln will ich nicht unbedingt reinfallen. So. Okay. Hoh! Der Roboter! Oh. Oh mein Gott! Ja, okay. Der ist jetzt nicht so süß, ne? Der sieht halt auch echt... Sein Gesichtsausdruck ist voll, der Roboter. Also. Ui. Lass mich bloß in Ruhe. Aber wie nice sind denn bitte schön die Bäume, Leute. Seht ihr das? Oh Gott. Jetzt hat er sich auch noch gedreht. Okay. Ja. Wenn der so schreit, ne? Das zerreißt mir ja fast mein Herz. Okay. Dann fahren wir mal los. Äh. Okay. Zack. Da sind wir schon. Okay. Jetzt müssen wir hier hoch, ne? Dass wir zu dem Helikopter kommen. Und. Alter! Habt ihr das gesehen? Da war einfach ein Loch. Junge! Okay. Zack. Und hier rüber. Das war jetzt knapp. Okay, da ist der Helikopter. Jo. Jetzt. Und. Wo hat er uns jetzt hingebracht? Leute, wie nice sieht das denn aus? Ob das vielleicht ein zweiter Obbi ist? Hm. Seid gespannt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye!